Guten Tag, werben? Draußen gibt's Merchandise, Shirts, die CD selber, Spotify, YouTube, egal welche Plattform. Alles zum finden. Das nächste Mal haben wir Feuerzeuger mit Plaschenöffner, bei denen das nicht hinkriegt. Und nächste Saison Improx von der neuen Scheibe. Geht leicht um Geisteszuschnitte. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020